Hier ist Ihr Guido Westerwelle. Es kann nicht angehen und das lasse ich mir auch nicht verbieten, dass es in Deutschland Menschen gibt, die sich in die soziale Hängematte legen, Almosen vom Staat beziehen und dafür keine Leistung erbringen. Das muss man auch mal sagen dürfen. Lieber Herr Westerwelle, ich gestatte es Ihnen nicht, dass Sie so über die Regierungsmitglieder der Bundesrepublik Deutschland sprechen. Ende der Durchsage.